Halli und hallo Leute da draußen, äh, was geht? Wir haben geile neue News, äh, also richtig geile neue News, nämlich, ähm, ich werde gesponsert, beziehungsweise wir werden gesponsert, weil ja da hängen noch ein paar Leute immer mit dran, und zwar werden kleine Sachen gesponsert, äh, von unserem lieben Hendrik, ähm, da erzähle ich gleich nochmal zu ihm mehr. Ähm, erstmal, äh, würde ich euch sagen, was wird gesponsert, da gibt es drei Sachen, ähm, erstmal gibt es kleine materielle Sachen, die gesponsert werden können, zweitens gibt es dann kleine Geldsummen, und dann gibt es drittens bald Giveaways, die, äh, die für euch rausgehen, und, ja, das kommt dann im nächsten Video, und da werde ich dann amnächst auch nochmal, äh, viel drüber berichten, und da werden dann viele Sachen versteckt, und so weiter, das finde ich eine echt coole Sache, ja, und, ähm, wenn ihr dann auch gesponsert werden wollt, dann schreibt einfach den Hendrik, die E-Mail schreibe ich in die Videobeschreibung, wenn ihr das dann wirklich wollt, dann müsst ihr aber auch echt überzeugen, äh, dass ihr, dass ihr es drauf habt, ja, und dann müsst ihr noch schreiben, warum und wieso, nämlich einfach so sponsern, ne, keine Videos oder sowas, dann kann man eigentlich, denke ich mal, nicht so unbedingt gesponsert werden, aber ihr müsst doch schon echt überzeugen, dass, äh, dass ihr es echt drauf habt, ne, ja, und dann, ähm, nächste Woche wird es dann ein Giveaway-Video geben, also ich werde, also, beziehungsweise unser netter Sponsor wird dann, äh, Giveaways verschenken, sind echt tolle, äh, tolle Dinge, und, ja, ich verrate noch nicht was, ich weiß noch nicht, ob ihr es wisst, aber die sind auf jeden Fall ziemlich toll, da könnt ihr dann nächste Woche dran teilnehmen, äh, das läuft ungefähr eine Woche, aber dazu verrate ich mehr in dem Video dann alles noch, und, ähm, das war's dann eigentlich schon, also ich freue mich echt drauf, und, ja, wenn ihr dann auch gesponsert werden wollt, schreibt ihm ne Nachricht, ne E-Mail, ansonsten, sehen wir uns im nächsten Video, bis dann und stay tuned.